Guten Tag, willkommen bei Roosevelt GmbH. Heute zeigen wir Ihnen, dass die Multi-Blatt-Säge UPT 250M bei jeder Witterung einsatzfähig ist. Wir sägen unterschiedliche Balken von 120 bis 240 mm zu Brettern. Die Maschine stand die Nacht über im Freien und ist teilweise mit Schnee bedeckt. Die Schnittgröße der Bretter können wir per Knopfdruck automatisch einstellen. Dadurch ändert die Fräse ihre Position. Dieser Vorteil der Maschine ermöglicht es Ihnen, unsortiertes Holz zu sägen. Zur Maschine gehören automatisierte Einzugsschienen mit 7,2 m Länge. Ein Fördergestell dient als Ablage der Holzbalken und ermöglicht das bequeme Einrollen der Balken auf die automatisierte Einzugsschiene. Um den Abfall so gering wie möglich zu halten, werden die einzelnen Stämme durch den eingebauten Rotationsmechanismus angepasst. Das Absaugsystem entfernt perfekt Sägemehl aus dem Fräsbereich und den Kreissägen. Die Leistung des Absaugsystems beträgt 5,5 kW. Wie zu sehen ist, ändert sich die Geschwindigkeit der Balkenzufuhr automatisch, weil die Antriebsmotoren die Belastung optimieren. Das heißt, beim schmalsten Balkendurchmesser arbeiten die Maschinen mit 9 m pro Minute. Je dicker der Balkendurchmesser wird, desto geringer wird die Geschwindigkeit. Somit ist die Belastung des Schneidewerkzeugs immer im optimalen Arbeitsbereich. Die Einfuhr der Balken in die Maschine erfolgt kontinuierlich durch die Fördermethode. Die maximale Leistungsaufnahme der Maschine beträgt 75 kW, davon zwei Fräsen a 18 kW und zwei Sägespindeln a 15 kW. Die Genauigkeit der fertigen Bretter beträgt ± 0,5 mm. Die Antriebslast jedes Motors wird in Echtzeit angezeigt. Die geschnittenen Bretter kommen komplett als eine Packung aus der Maschine. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie diese bitte in die Kommentare zu diesem Video oder hinterlassen Sie eine E-Mail-Adresse. Wir senden Ihnen dann detaillierte Informationen über die UPT 250 M. Sie können uns auch über die Webseite oder telefonisch kontaktieren. Der Link befindet sich in der Beschreibung dieses Videos. Roosevelt wünscht Ihnen viel Erfolg mit dem Einsatz der Maschine.